Aus dem tiefsten Dschungel Perus kommt überraschender Besuch, der sich nun von seiner besten Seite zeigen muss. Hallo, ich müsste etwas in meiner Hausratsversicherung aufnehmen lassen. Also folgendes, wir haben heute Nacht einen Gast, einen Bären und deshalb brauche ich Zusatzschutz für eventuelle Schäden. Ja, ein Bär. Mürrisch? Eigentlich nicht. Obwohl, ich habe ihn noch nicht morgens erlebt. Ja, ich habe ihn noch nicht. Oh nein. Oh nein. PADDINGTON PADDINGTON